Die Programmboxen in Choregraph werden über Eingänge angesteuert und über Ausgänge verlassen. Eingänge mit einem Play-Zeichen starten eine Box. Ausgänge mit einem schwarz-roten Skip-Zeichen beenden eine Box. Eingänge und Ausgänge ohne weitere Zeichen senden Signale bzw. Daten von Box zu Box, ohne diese zu starten oder zu beenden. Die Kommunikation zwischen Boxen erfolgt über Ereignisse, Englisch Events. In vielen Fällen wird ein einfaches Eventsignal, genannt Bang, von einer Box zur nächsten gesendet, um diese zu starten oder eine andere Funktion auszulösen. Anstelle einfacher Ereignisse können aber auch Zeichen folgen, Englisch String oder Zahlen, Englisch Number, an eine Box weitergeleitet werden. Mit einem rechten Mausklick auf die Eingänge oder die Ausgänge einer Box können wir neue Ein- und Ausgänge hinzufügen, Englisch Add, bestehende Löschen, Englisch Delete oder mit Edit die Art des Ein- oder Ausgangs verändern. Die hier gezeigte Box hat vier Ausgänge. Den schwarzen Bang-Ausgang, der Ereignisse auslöst, den gelben Number-Ausgang, der Zahlen überträgt, den blauen String-Ausgang, der Zeichenfolgen überträgt und den grauen Dynamic-Ausgang, der alle Datentypen umfasst.